Musik 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 Scheiße No, ist okay Musik 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 Guten Morgen, liebe Schnuckelhäschen! Wir haben heute hier bei ZACH gefragt in 120 Sekunden, Frau von Miley von Strom gigantisch. Guten Morgen! Frau von Miley, gleich mal eine Frage, die uns alle unter Spannung setzt. Wie sicher ist eigentlich unsere Stromversorgung angesichts des steigenden Energien, die Bedarf sind? Verdammt, du blöde Windstektion! Also die Energieversorgung ist sehr sicher, das kann man so in aller Deutlichkeit sagen. Wir sind ja auch in dem Punkt der führende Stromanbieter im ganzen Land. Hm, kiss me if I'm wrong, aber sind Sie nicht auch der einzige Stromanbieter im ganzen Land, also quasi ein monopoliger Strom? In einer Umfrage, in der wir die Zufriedenheit unserer Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Angebot von Strom gigantisch herausfinden wollten, gab es da aber eher bedenklichere Resultate. Nämlich, dass 60% aller Zuhörerinnen wechseln würden, wenn es nur einen anderen Stromanbieter geben würde. Ja, wir arbeiten mit einem der besten Marktforschungsinstitutionen. Unsere Kunden und ihre Belange liegen uns von Strom gigantisch sehr am Herzen. Ich kann Ihnen nur versichern, dass wir uns bald eins der modernsten werden. Wollen Sie damit etwa andeuten, dass unsere Zuhörer in die Steckdose gefasst haben, bevor Sie die Frage beantwortet haben? Das ist ja unerhört! Liebe Frau von Mili, wir können jetzt hier ewig diskutieren, aber was wir nicht wegdiskutieren können, dass schon seit längerer Zeit das Gerücht im Raum steht, dass bei Strom gigantisch aufgrund von unnötig... ...missi Kwasa! ...ich unterbrechst Sie irgendwo umgehen, aber das ist noch einmal heute, und damit wird nachgefragt in 120 Sekunden. Jetzt fühlen die Damen und Herren da draußen ein wenig Musik. Genießen Sie noch mal Ihre Dusche, machen Sie sich einen schönen Kaffee und vielleicht rasieren Sie sich auch noch mal vor der Arbeit. Wir hören uns morgen früh wieder, so Sie denn mögen. Mein Name ist Sebastian Klemm Lorenz. Guten Morgen und viel Glück! Musik 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 Musik